hallo und grüß gott meine tribus ich habe ganz herzlich willkommen zum nächsten part von digimon survive unserem spooktober let's play im letzten part haben wir mit mir mehr oder weniger besiegt es ist komplett crazy gewesen im letzten part haben wir emotional so mitgenommen dass ich jetzt einfach mal wieder pause gemacht ab zwischen den letzten part und dem part weil ich bin einfach nicht darauf klar käme ich schaue auf alle fälle im letzten part rein wenn ihr wissen wollt warum ich so fertig bin wird am ende des videos definitiv verlinkt sein genauso wie die playlist falls ihr in diesen part einsteigt warum man immer mal bei part 50 einsteigen sollte in der let's play aber ja man weiß ja nie wo der youtube algorithmus hinführt und welche Leute jetzt schon was gesehen haben und was nicht und ja keine ahnung wir schauen einfach mal wie die story weiter geht ich bin richtig fertig gewesen noch im letzten part wir sind jetzt in kapitel 10 und ja ich würde sagen wir schauen einfach mal weiter ja Ich glaube, es ist ein Wettbewerb, aber es ist ein Wettbewerb, was ich. Ich kann mich, dass ich viel mehr Menschen, um dich zu geben. Was ist das, was ich? Ich denke, dass ich mich nicht mehr so interessieren, was ich. Das war's für mich. Gehen wir, um den Weg zu einem Gehirn zu retten, um 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 zu retten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ich war immer an ihrer seite an die seite dass sie auf diese person reagiert hat war nur zufall ich hole sie zurück genau ich bin die einzige ich glücklich machen wird die einzige hatte noch ein bisschen durch ich hätte dich versprochen ok was hast du vor ich bin noch ein bisschen wunderschön ich bin noch ein bisschen wunderschön ich bin noch ein bisschen wunderschön Taguma! Untertitelung des ZDF, 2021 ok man, ok ok man, baby die die man her ok man, die ganzen baby die die man her ok man, duk man, dich wut because ich bin Hahaha, das herrlich ist wie ich das mit einem Verzöger noch nie mit einem Schild. Das ist nicht so, was du mit einer anderen Seite anstiegst. Eeeh, du bist mit einer anderen Seite. Hahaha, wir werden nicht sofort sagen. Trotzdem ist das irgendwie lustig. Es fühlt sich an, dass hätte ich schon lange nicht mehr richtig gelacht. Hm, gut, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, wenn ich ein Baby-Digimon habe. Aber, Gigi-Mon, ich habe mich sehr interessiert, wenn ich mich so interessiert habe. Es ist das, dass ich mich jetzt nicht mehr so interessiert habe. Gigi-Mon, dass wir uns daran liegen, hat es nicht mehr. Oh, nein, das ist das, was ich nicht mehr so schnell gesagt. Tatsächlich ist es nicht klar. Das war's für mich. Ich werde nicht mehr gehen. Ich werde sicher sein, dass ich die Kraft erinnere. Vorbereitung Freie Aktionen Freier Kampf gegen Gardramon Was wird das sein? Keine Ahnung Keine Ahnung, was das für Digimon sind Ich schaue da mal kurz rein, bis gleich Wir brauchen sowieso sicher wieder ein bisschen Training Kurzer Cut, bis gleich So, dann werden wir wieder zurück Das im freien Kampf vor Leomon Und Eisleomon Also habe ich mich da ein bisschen verschaut Was die Digimon angeht Aber wir haben Leomon rekrutiert Finde ich richtig nice Leomon eines der coolsten Digimon aus Adventure 1 Definitiv Und in Zero Two Hat es einen coolen Auftritt gehabt Leomon schon ein knackiger Machiger Ah, aui Du schufst dich schon wieder? Natürlich, wir dürfen keine Zeit verschwenden, Saki Ich meinte auch schon Sie sollen mal verschnaufen Aber es hat ja nichts gebracht Ich weiß genau in welcher Lage wir sind Sagt sie nur Und macht einfach weiter Saki, Takuma, sag dir mal was Saki, mir geht's gut Ich muss jetzt keine Pause machen Diesen ganzen Auf... Ah, ah Mit diesem ganzen An... Anführer-Kram Hast du dich nur ab... für aus gehabt Was soll ich tun? Was soll ich denn tun? Wir stecken in Schwierigkeiten Ich muss voll da sein Das heißt nicht Das heißt nicht, dass du dich doch mal eine Pause machen kannst Aui Aui, mach dein total ernstes Gesicht Da wir keine Ahnung haben, was uns erwartet Brauchen wir uns auch keine Sorgen zu machen Aber eins habe ich in unserer gemeinsamen Zeit gelernt Aui benehmt sie immer so, wenn sie von Müdigkeit und Angst eingeholt wird Ich wünschte sie würde einen Gang runterschalten Bevor sie völlig zusammenbricht Gut Ding will Weile haben Gut Ding will Weile haben Aui Meinst du wirklich, du bekommst unsere Lage in den Griff, wenn du dich so überarbeitest? Das ist... eine interessante Perspektive Ich würde auch gerne etwas tun, aber das ist nur noch ein Grund darum, durchzuschnaufen Mit kühlem Kopf deckt man besser Spitzetag, Oma Du bist super darin, in unserer Sichtweise zu vermitteln Äh, äh, meinst du? Bin ich auch Dieser Argument muss sich gelten lassen Tut mir leid, ich bin schon wieder zu weit vorausgeheilt Jetzt sieht sie es etwas entspannt Jetzt sieht es etwas entspannt aus Sehr schön Mit Mio kann man reden Mit Mio kann man reden Also Alle Hennerei Aufstellen Wenn ich Wenn ich macht, was ich sage Geht keine Leckerei Okay Du kannst erstaunlich gut mit den Kindern umgehen Mio Na komm mal Wo kommst du denn her? Hehe Das ist mir jetzt irgendwie peinlich Ich dachte nicht, dass jemand zusieht Du schämst dich Das ist nicht, wofür man sich schämen müsste Sich so toll um die Kleinen zu kümmern Ist in jedem Fall bewundernswert Ich spiele gerne mit ihnen Weil mich das alles vergessen lässt Und Es hat nichts damit zu tun Dass du auch ein Kind bist Ich wette, das hilft Mio ist irgendwie so ein kleines Kind Ich finde, dass es das richtig toll macht Mio als große Schwester? So habe ich sie noch nie betrachtet Sie hat alles im Schloss versammelt Vielleicht hat sie ja doch Eine ernsthafte Seite Wenn ich Mio als eigenständige Person betrachte Und nicht als Kaitos kleine Schwester Eine große Schwester Eine große Schwester Schwer zu sagen Aber trotz deiner Größe Fühlst du eine totale Rolle aus Habe ich gesagt Noch gar nicht darüber nachgedacht Eine Königin ist eine Art große Schwester Für jedermann Also kann man das schon stimmen Das klingt nach einem echten Satz Für die Geschichtsbücher So Agumon Ja dann quatschen wir nochmal mit Agumon Hey Daguma Eine Sache wollte ich schon länger mal fragen Was ist für dich das wichtigste? Äh Frag mich nicht einfach so aus alterem Himmel Es war ein komischer Kram, Mann Ich habe mich nur gewundert Agumon schaut so ernst Worauf will er hinaus? Mir sind viele Dinge wichtig Freunde, Frieden, mein Leben Aber was ist für mich jetzt gerade das wichtigste? Hm Meine Freunde? Ich schätze meine Freunde Du und die anderen Die diese Reise mit uns unternehmen Sind mir alle sehr wichtig Ich gehöre also zu dem, was dir am wichtigsten ist? Aber natürlich Ja Das höre ich gern Und dazu gehören auch Miyuki und Haru Wie bist du überhaupt auf diese Frage gekommen? Na Was du am meisten beschützen willst Will auch ich am meisten beschützen Ich wollte mich nur vergewissern Was genau das ist Ah Daher weht der Wind Danke Agumon Achja Das wollte ich dir ja geben Taguma hier Danke 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 Und dann sind wir doch fertig Herr Gess Minoru und Falcomon Ist das Minoru Ihr seht etwas geknickt aus Warum starrt er aus dem Fenster? Ich sollte ihn lieber in Ruhe lassen Was hast du Minoru? Du warst doch gerade noch ganz im Spiel mit den kleinen versunken Was? Oh Ach Ich kapier es einfach nicht Alter Nach all dem was ich im Park Nach all dem was im Park passiert ist Wegen wir hier jetzt einfach Däumchen Ich weiß nicht ob ich einfach nur K.O. oder noch nicht in der Gegenwart angekommen bin Und wenn ich versuche an die Zukunft zu denken geht gar nichts mehr Verstehe Unsere Situation ist in letzter Zeit wirklich verwirrend Aber ich glaube nicht dass es etwas bringt sich zu etwas zu zwingen Wir müssen schrittweise vorangehen Angefangen mit dem was jetzt gerade ansteht Hm Meist du das reicht? Nagel mich nicht darauf fest Takuma Arguman Hey Ihr macht die ganze Zeit hier Keine Scheu Sagt was ihr denkt Ganz sicher? Wir würden uns sehr über eure Meinung freuen Hm Mal sehen Falcom hat prinzipiell recht Man kann nichts erzwingen Aber wir müssen vorausschauend handeln Was macht man Wenn einem die Ideen ausgehen Natürlich haben die Kinder Vorrang Schrittweise vorangehen Falcom hat recht Machen wir eins nach dem anderen Und schauen dann weiter Wenn wir so vorgehen Wissen wir eher was als nächstes anliegt Sehe ich auch so Eine erledigte Aufgabe Bedeutet einen Schritt nach vorne Ja Positives Denk Oh Oh Sorry Ja Positives Denken ist viel besser Als hier herumzusitzen Und krankvorsorge zu werden Danke ihr zwei Jetzt geht es mir besser Dann mal ab in die Cafeteria zu den anderen Das ist nicht Das ist gut Das ist gut Das ist gut Was Was Kai-Tos und Aoi-San? Was haben Sie etwas Probleme? Ja. Was ist das, was ich in der森? Was ist das, was ich in der森? Ja, es gibt noch ein paar Bäume. Aber ich bin ein Bäume. Ich bin in der森. Wenn ich etwas probiere. Ich kann es nicht verletzen. Oh, dann gehen wir zusammen. Ich will auch, dass ich die Tiere zu essen. Das ist das, ich auch. Oh, du bleibst. Du bleibst. Warum? Die Leute haben sich nicht mehr zu sehen. Ich glaube, es ist nicht mehr zu bleiben. Ich glaube, dass die Leute aus der Welt kommen, dass Miu nicht mehr zu suchen. Das heißt, dass Miu nicht mehr zu retten? Das ist das. Ich will. Ich schätze, wir können uns den Nahrungsmittelproblemen mit Alohi und Kaito lösen. Hm, Agumon und der Professor. Das ist der Professor. Vielleicht hätte ich mit ihm auf ihn verlassen und dann was wir als nächstes tun sollten. Als nächstes schauen wir durch die Cam. Und dann reden wir mit dem Professor. Das ist der Professor. Hm, vielleicht da. Er scheint irgendwas zu untersuchen. Wir sagen später danach. Achumon, warum bleibst du plötzlich stehen? Achumon, ich spüre was Seltsames in der Nähe. Hier ist was. Schauen wir uns lieber um. Ja, guck mal, da ist irgendwas im Gras. Du meinst da drüben? Lass uns mal nachsehen. Okay, bei drei. Eins. Zwei. Drei. Romamon. Ja, mir geht es gut. Sie haben mich erschreckt. Aber jetzt sind sie ja weg. Da hatten also sich also wirklich drei von ihnen versteckt. Sie sind in Richtung des Schreins gelaufen, Takuma. Der Schrein? Dann glaube ich nicht, dass sie den Leuten in der Schule was antworten wollen. Wir sollten wohl herausfinden, ob sie Freunde oder Feinde sind. Sie meinten, Argomon wäre hier entlang gerannt. Soll ich mich umsehen? Warte, Takuma. Das geht gerade aus der Uhr, der hat uns aufgetaucht. Sieht sauer aus. Oder vielleicht versucht sie es uns zu bedrohen. Ist es eine Möglichkeit, ihm zu vermitteln, dass er keine Angst haben muss? Wir wollen nicht kämpfen. Es gibt keinen Grund, gewaltigt zu werden. Das bringt nichts. Es sieht aus, als wäre es durchgedreht. Pass auf, Takuma! Verdammt, wir müssen wohl kämpfen. Aber den Kampf wäre die Karten bis gleich. So, da wären wir wieder. Wir haben das gesiegt. Ich glaube, wenn wir da jetzt in jedes Ding gehen, werden wir was anderes finden. Aber das hilft uns nicht in der Story weiter. Deswegen gehen wir einfach rein und schauen, what happened. Saki! Hey Saki, machst du einen kleinen Spaziergang, um den Kopf frei zu bekommen? Ja, weißt du, es zieht mich ziemlich runter, ständig eingesperrt zu sein. Hey, frag doch Takuma, was er macht, wenn er den Kopf frei kriegen will. Ach, gute Idee. Irgendwelche Tipps, Takuma? Was? Du meinst jetzt? Hm, ich frage mich. Es bringt nichts, Methoden zu erwähnen, die in dieser Welt nicht anwendbar sind. Was kann ich vorschlagen, damit sie einen klaren Kopf bekommt? Eine schöne, kühle Prise. Ähm, wie wäre es, eine schöne, kühle Prise auf deinem Gesicht zu spüren? Du meinst, was ich gerade mache? Ja, so sieht es wohl aus. Was soll denn das für ein Vorschlag sein? Tut mir leid. Der Professor ist vorhin hier entlang gegangen. Ich glaube, er hat die Schule verlassen. Keine Ahnung. Bestimmt untersucht er wieder irgendwas. Vielleicht macht er nur gerade Pause. So wie ich. Jeder braucht mal Zeit für sich. Da hast du recht. Trotzdem, danke. Vielleicht sollte ich mich auf ihn verlassen. Nein, was soll ich mich auf ihn verlassen? Vielleicht. Nein. Was machen wir nur? Es sieht irgendwie durcheinander aus. Worüber denkt er nach? was kann ich nur noch perfekt das timing wofür ihr bruder gewinnen wohin und sie macht sie sorgen und schein geht er und kaito mit draco mann und labramon ach ja sie gehen in den wald um nackt zutaten zu suchen das macht das machen sie also ich finde die kombination irgendwie schräg die vierlein im wald und ich mache mir ein bisschen sorgen wegen kaito nein deswegen mache ich mir keine sorgen ich habe nur dass kaito gegenüber frech werden könnte das ist alles du musst nicht abstreiten dass du die sorgen um deinem bruder machst versteckt sie ihre verlegenheit oder macht sie sich wirklich solche sorgen so oder so wird es hier abstreiten wenn ich sie direkt frage ach nichts ich meine hoffentlich benehmt er sich hoffentlich benehmt sich kaito in ihrer gegenwart ja wenn er wenn ich ehrlich bin ich glaube eigentlich nicht dass es sich daneben benehmt ganz schön kompliziert sagst du das und quatsch man aber mini 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 ok geht da hin oder kaito ok Kinder mal herhören durch der zeit dass onkel Minoru euch eine geschichte erzählt es war einmal eben ein fernen land wow nicht schlecht ich bin beindruckt da saßt du echt raus mein junge Ja, oder? Minoru's Geschichten begeistert mich irgendwie. Minoru kann gut mit Menschen umgehen. Wahrscheinlich, dass er bei den Kindern beliebt ist. Ich will die Geschichte auch hören. Ernsthaft? Das sind alles Geschichten für kleine Rotzlöffel. Magst du sowas? Könnte ja sein. Man weiß nie. Hey, Takuma Haguman. Er müsste auch herkommen. Was? Ich auch? Ich muss über so vieles nachdenken. Sind solche Spiele rein in Ordnung? Andererseits kann ich auch nicht ständig Vollgas geben. Außerdem erzählt mir nur nur selten solche Geschichten. Könnte lustig werden. Warum nicht ein bisschen zuhören? Ich kann es mir ja mal anhören. Darf ich dazu kommen? Klar, aber ich glaube nicht, dass sich die Geschichte brennend unterhalten wird. Dein Vortrag machte es lustig, Minoru. Wie meinst du das? Hey, jetzt fang endlich an mit der Show, ja? Hoppla, meine Schuld. Okay, los geht's. Es war einmal ein Bambusjunge, der von einem Bambusbaum abstammte und... Denkte sich das Erste, das war einfach nur spontan aus. Ein Bambusjunge, der von einem Bambusbaum abstammt. Ähm... Ja. Äh... Was ist das, Minoru? Herr Professor, woher warst du? Ich war auf dem Meer. Ich war auf dem Meer. Ich war auf dem Meer. Was ist wirklich? Was ist das? Woher warst du? Was ist das? Komm, Takuma-kun. Ich werde nur ein bisschen antworten. Eher понял, Mensch. Oh, besser. Oko, Was ist das? Ich bin in Einführung im Veräusch. Wie war異auer, warum ich die Bibeldeck hergestellt habe? Nur kurz 43, vorzen, wo esunt zene Katzen geht, aber wo der Stasi dann garistisch ist. Wär gigantic! Was sindы keine Bedürfunkte? Wo верn var dann doch nicht das Gebete, mein Stasi mal athlete gesträngt. Gotta sagen, dann reinschaltet immer nur um Post. Das Haus? ... Nein, ich glaube, ich werde mit uns reden. Im Moment, wir müssen uns nach dem Haus zurück zurück. Ah, so, so, ja. Entstanden. Lass uns das! ... ... ... ... ... ... ... ... Ich glaube, es ist ein Abstand. Ich weiß, dass ich es nicht mehr so über die Worte finden würde. Ich kann das Kugeln nicht mehr so einfach. Aber die Worte sind im Bereich sehr schwer. Hier ist es so schön, so es ist auch eine schöne Bedeutung. Aber die Gute ist eine Worte der Winter. Der dritte ist, was die Worte der Winter als식uert an, Ich glaube, es ist ein Schiff. Was? Haru? Haru? Du bist bereit? Haru, warte! Woher geht's? Sieht so aus, es hat sich ganz z Neden fi presen? Ich gehe mal zusammen… Werden Sie nicht tanto schreien die Wahrheit stöster aber für sie stärken? Ich habe es, eigentlich immer. Es ist unfair, aber es ist vielleicht schwer zu superer Auge�Ты field, was erreicht hast du für Wasser. Whatever the Es wird die полie. Das bleibt gut. Ich werde SieTO ich. 안 dann sind wir nicht temporary Sei es, wie ich nicht, ob ich so geholfen werde. Ich werde mich nicht mehr interessiert. Ich werde es nicht mehr so auf diesemischen Tag mitgebracht. Das ist eine Folge von Aoi und Kite? Ich habe noch viele, wenn wir hier live noch, dass ihr auf dem Hecht habt. Ich habe noch eine Minute zu be試st. Ich bin der Fall! Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ah? Oh, ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ja, ich bin der Fall. Ich habe mich schon gesehen, ich bin der Fall. Ich bin der Fall in der Stade. Der Stade? Das ist der Tafelstück. Das ist der Fall, was ich? Was ist das? Das ist ein Bücher? Ich habe gerade gesehen, dass es ein Gebäude aus dem Wald gibt. Ich weiß noch nicht, was ich weiß noch nicht. Wenn ich mich auf dem Weg gehe, dann wird es sehr gefährlich sein. Wenn ich mich wirklich wieder neu gemacht habe, dann könnte ich mich auch noch mal schauen. Das ist ein Problem. Das ist nicht so, was ich? Wir müssen uns schnell helfen! Wait, was das hier passiert? Wenn wir alle helfen, dann wird das hier schlafen. Aber es ist危险, dass wir uns in den Händen gehen. Wir müssen uns in den Händen wiederholen. Ich weiß, was das? Ich weiß, aber... BATAMO!!! BATAMO!!! Ja, Miu! Es ist eine Frage, vor allem, wenn du das kleine Leute fragst. Wenn du etwas hast, dich alle, vollkommen zu werden. Ich hab dich gefragt. Ich bin sicher. Miu, bitte nicht damit! Okay, ich kann es dir sicher. Ich bin sicher sicher. Ich bin sicher sicher. Ich bin sicher sicher. Ich bin sicher sicher, dass die Leute die Bewerber nicht verletzen können. Das war's für heute. Also, wenn du jemanden von dir helfen? Nein. Ich denke, dass du ein paar Minuten bist. Ich hoffe, dass du alle mit und ich hoffniss. Ich glaube, das ist das das Beste. Los geht's! Ich hoffe, ich hoffe, mit Aoi und Kaito. Ich werde mich helfen. Herr, du bist wirklich hier? Ja, ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich habe noch nicht gesehen, aber es gibt den Weg. Das ist gleich. Das ist doch nicht so, dass ich eine Wohnung weggebracht habe. Das ist doch... mein Kind! Was ist das? Ich habe gesehen, dass du die Bücher gesehen hast. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen, und ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, wie er ihn gesehen hat. Ich habe ihn gesehen, wie es das eine gute Erfolge ist. Ich habe es ziemlich bis zu Zeiten geklärt. Ich bin ein Freund, aber ich bin ein Freund, aber ich bin ein Freund. Renamon! Hier ist es, um uns zu beherrschen, oder? Oder um die Bücherkunde zu beherrschen? Oder um die Bücherkunde zu beherrschen? Gute! Ich bin ein Freund, was du, wie ich sprichst? Du bist gar nicht egal, dass du die Bücherkunde für Sie läsen. Ich bin ein Freund, wie ich meine horrification bin. Ich bin ein Freund, oder? Es ist eine Frischung? Ich bin ein Freund, oder? Ich bin ein Freund, wie ich in der Würfeplatte zu tun bin. Ich bin ein Freund von Ihnen. Ein Freundschen? Ich bin ein Freund, kein Freund! Ich bin eine Freundin auf uns. Ich habe schon gesagt, dass Arkegimon gesagt hat. Es ist nicht wichtig, dass man als Mensch ein Kind ist. Ich habe es genug, dass ich es nicht so gut bin. Aber ich kann es nicht so tun. Ich weiß nicht, was ich will, aber ich weiß nicht, dass ich es nicht so gut bin. Ich weiß nicht, dass ich es nicht so gut bin. Ich weiß nicht, dass ich es nicht so gut bin. Ich weiß nicht, dass ich es nicht so gut bin. Was ist das? Nenamon, warum? Ich habe mich zu unterstützen, dass ich mich nicht so gut bin. Wir sind da, dass ich mich nicht so gut bin. Ich habe das, dass wir uns mit einem anderen Ziel. Dann würde ich einfach nur zu beantworten. Nenamon! Okay, aber den Kampf gegen Renamon werden wir dann im nächsten Part machen. Ich werde jetzt nur schauen, ob da noch ein bisschen Story gequatscht kommt, weil das kann man immer mitnehmen. Ansonsten, wenn ihr es bis zu her geschafft habt, lasst euch ein Like da, würde den Kanal irrsinnig helfen. Abonnierst den Kanal. Wir haben Oktober, wir haben 35 Abonnenten. Es würde mich irrsinnig freuen, wenn wir bis Dezember die 50 Abonnenten knacken würden. Sag nicht, Renamon ist. Ja, wie gesagt, ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Halloweenzeit, einen wunderschönen Spooktober und man sieht es im nächsten Part wieder. Ja.